also erstmal möchte ich dir noch einmal versichern dass ich für dich keinerlei gefahr darstelle ich weiß du hast schon viel über mich gehört aber nur wenig davon ist wahr ich gehe davon aus dass dir severus und regulus bereits erklärt haben was es mit dem tod deiner eltern auf sich hat und mit den todessern begann tom ruhig er wollte harry keinesfalls in die ecke drängen denn für diesen war ohnehin alles vollkommen verwirrend schließlich nahm er ein zögerndes nicken war ich wurde am 31 dezember 1926 geboren das heißt ich bin also weit über 60 jahre alt aber ohne zu prahlen ich sehe nicht älter aus als naja sagen wir knapp über 40 sagte tom und lächelte auch draco grinste harrys mine blieb noch immer ängstlich aber er schien sich langsam zu entspannen nun du musst wissen zauberer und hexen wären ohnehin viel älter als muggel das liegt an der magie in unseren adern aber ich altere noch deutlich langsamer als gewöhnlich denn ich bin ein vampir vampir sofort zuckte harry heftig zurück und schien nach einem ausweg zu suchen draco griff ohne darüber nachzudenken nach dessen hand und statt zurückzuschrecken schien es harry zu beruhigen du musst keine angst haben wirklich nicht tom ist kein normaler vampir also nicht so einer wie aus den märchen der muggel sagte draco ruhig draco hat recht ich bin ein sogenannter tagvampir oder weißer vampir sofort blickte harry auf davon hatte er gelesen in dem buch welches ihm regalus gegeben hatte ah ich sehe der begriff ist hier nicht fremd also normale vampire wie du sie vielleicht kennst es ist hier nicht so wie man sich erzählt ja sie trinken blut aber sie müssen es nicht unbedingt es macht sie aber stärker sie sind schnell sehr stark schwer zu töten und leben extrem lange sie zerfallen im sonnenlicht nicht zu staub aber die sonne beeinflusst ihre kräfte in der nacht und im schein des mondes sind sie stärker daher halten sie sich lieber im dunkeln auf ein tagvampir hat genau die gleichen kräfte wie ein nachtvampir mit dem unterschied dass wir im sonnenlicht stärker sind und nachts nicht so gut sehen können wie die anderen kommst du soweit mit wollte tom nun sanft wissen wieder nickte harry und legte dann frank den kopf schief tom lächelte er ahnte was dem jungen durch den kopf ging du willst wissen wie das passiert ist wieder ein nicken nun ich war gerade 18 jahre alt und ging nach hogwarts und ich hatte einen freund er hieß ian und ging wie ich nach slytherin rückblick hogwarts februar 1945 und was sagst du tom riddle sah seinen freund fragend an ich weiß nicht tom es könnte ziemlich gefährlich werden ian kratzte sich nachdenklich am kopf sie standen in dicke mäntel gewickelt auf dem astronomieturm und sahen zum verbotenen wald hinüber dessen bäume mit schnee bedeckt waren wenn wir unseren abschluss haben es ist zu spät nur einmal und was soll denn schon passieren wir sind beide ziemlich gute zauberer sagte tom riddle grinsend du vielleicht und immerhin bist du vertrauensschüler wenn slughorn das rauskriegt dann keiner wird etwas merken du vertraust mir doch tom ging näher und senkte seine lippen auf die des anderen ja natürlich seufzte ian als sie den kuss gelöst hatten also heute abend wenn es dunkel wird ziehen wir los ich will solange ich hier bin wenigstens ein einhorn sehen sagte tom und zog ian mit sich wieder ins innere des schlosses am abend als es im schloss ruhiger wurde schlichen zwei jungen an den mauern entlang hinunter zum verbotenen wald tom sah zu ian der noch immer nicht überzeugt war daß dies eine gute idee war nun schau nicht so es wird alles gut gehen aber wenn du wirklich nicht willst dann müssen wir es nicht tun ian sah zu tom und schüttelte den kopf he ich vertraue dir also los sagte er griff nach der hand seines freundes und gemeinsam betraten sie den wald mit ihren zauberstäben leuchteten sie denn ohne das licht des mondes welches bisher nicht reichte war es beinahe stockdunkel unheimliche geräusche das knacken von ästen und das rauschen des windes in den bäumen begleitete sie beide wagten es nicht zu sprechen bis tom plötzlich etwas sah da schau nur flüsterte er und wies einige meter vor sie tatsächlich verschwand gerade etwas leuchtendes zwischen den stämmen zweier mächtiger bäume das muss es sein komm rief er ian zu und rannte bereits voraus tom warte doch ian versuchte seinem freund zu folgen aber dieser war bereits außer sicht als der junge mann plötzlich einen schrei und einen dumpfen schlag hörte tom schrie er und rannte in die richtung in der er den anderen vermutete gerade noch rechtzeitig konnte er stoppen er stand unvermittelt vor einer art klippe wie tief es hinunter ging konnte ian nicht sagen tom tom wo bist du rief er in die dunkelheit anfangs hörte er nichts dann aber glaubte er ein stöhnen zu hören ian schloss die augen und sammelte seine kräfte was in der dunkelheit nicht so einfach war er wusste dass ein sprung im hellen ohne weiteres geglückt wäre aber nachts war es auch für ihn nicht ungefährlich aber wenn er tom retten wollte dann ging es nicht anders er schloss die augen nahm anlauf und sprang sein fall dauerte länger als er geglaubt hatte aber plötzlich landete er sicher auf der erde sofort ließ er seinen zauberstab wieder erleuchten und suchte den boden ab tom keuchte er als er den anderen auf der erde liegen sah tom riddle war blass und rührte sich kaum noch ian kniete sich zu ihm und strich seinem freund über die wange tom komm schon mach die augen auf flehte er unter tränen doch der andere reagierte nicht seine atmung war nur noch schwach und ian wusste dass tom lebensgefährlich verletzt war der rand der klippe ragte gute dreißig meter über ihn in die landschaft dass der andere überhaupt noch am leben war war ein wunder er stirbt kam es plötzlich von hinter ian der junge mann fuhr herum ein centaur stand vor ihm und betrachtete tom nein er darf nicht sterben ich muss hilfe holen schluchzte ian ihr seid schüler oben im schloß ja bitte tun sie uns nichts es war keine absicht ich tue euch nichts aber der junge wird sterben ich kann dich zurückbringen aber ihn müssen wir dem wald überlassen sagte der junge centaur ernst nein schrie ian und seine augen nahm für einen moment ein tiefes rot an der centaur schien nicht überrascht nun gut dann rette ihn du weißt wie sagte er ruhig ian war wieder zu tom das kann ich nicht er würde mich hassen würde er das aber gut dann lass ihn sterben bevor hilfe kommt ist er längst tot du musst dich entscheiden sagten sagte der centaur ihnen waren tränen aufgelöst aber er wusste dass der fremde recht hatte tom würde sterben wenn er ihm jetzt nicht half auch wenn er ihn dann hassen würde immerhin wäre er am leben er beugte sich über tom und flüsterte verzeih mir dann schlug er seine zähne in das fleisch seines geliebten es dauert eine weile bis es wirkt schluchzte er als er sich zurück gezogen hatte und du wirst ein tagvampir nicht wahr wollte der centaur wissen ian nickte matt nun gut dann werde ich euch wärmen bis der tag anbricht sagte er centaur und legte sich neben tom ian tat es ihm nach und wärmte so seinen freund zusätzlich wie heißen sie eigentlich wollte er wissen kurz bevor er einschlief firenze mein name ist firenze sagte der centaur danke firenze sagte ian und sank in einen tiefen schlaf rückblick ende als ich am nächsten morgen erwachte war firenze bereits nicht mehr da ich war geheilt aber zu dem preis ab jetzt ein tagvampir zu sein natürlich hasste ich ian nicht dafür er hatte mein leben gerettet und ich liebte ihn wir kehrten in das schloss zurück wo wir bereits gesucht wurden natürlich erzählten wir niemandem was geschehen war aber dumbledore der damals lehrer war ahnte was geschehen war er sagte es uns auf den kopf zu und so konnten wir es nicht verleugnen dass ian ein vampir war wussten bisher nur die lehrer denn auch unter den zauberern herrschte damals angst vor diesen dabei taten sie nie jemandem etwas alle taten die man ihnen anlastete hatten muggel begangen ich brauchte eine weile um mich an meine neuen kräfte zu gewöhnen aber ich mochte es und ich liebte ihn mehr als mein leben nach ende der schule blieben wir zusammen und dann tom schluckte schwer und stand auf ein jahr nachdem wir unseren abschluss hatten lebten wir gemeinsam in einem kleinen dorf außerhalb von london in der gegend hatten wölfe über nacht mehrere schafe gerissen die leute aber glaubten nicht an wölfe sondern an vampire eine der frauen hatte ian mit roten augen gesehen sie hatten immer aufgepasst aber es war nicht genug sie kamen in der nacht und und sie töteten ian ich konnte gerade rechtzeitig disapparieren später am tag kehrte ich zurück und holte seine leiche aus dem haus ich begrub ihn am meer auf einer klippe die er so liebte ich wollte alle muggel in diesem dorf töten aber das hätte alles nur schlimmer gemacht also entschloss ich mich dafür zu kämpfen dass magische wesen und menschen gemeinsam leben konnten und dann geriet alles außer kontrolle ian und ich versprachen uns den anderen nie im stich zu lassen es kam mir so vor als hätte ich mein versprechen gebrochen ich vermisse ihn jeden tag bis heute aber inzwischen habe ich menschen in meinem leben die mir etwas bedeuten eine familie ich weiß das ist alles sehr verworren aber harry auch du bist nun teil dieser familie ich habe deine eltern nicht getötet aber ich fühle mich schuldig aber wenn ich es gut machen kann indem ich dich beschütze dann will ich das tun bist du damit einverstanden? tom war wieder näher gekommen und sah harry fragend an dieser sah zu draco der traurig lächelte zögern stand harry auf und ging auf tom zu vor ihm stand ein mann von dem er bis vor stunden noch geglaubt hatte dass er der mörder seine eltern wäre und auch ihm nach dem leben trachtete nun hatte dieser ihn in seine familie aufgenommen ihm versprochen ihn zu beschützen doch wenn harry alles vertrauen in erwachsene verloren hatte so war es bei tom plötzlich etwas anderes er wusste nicht warum aber er vertraute dem mann blind als er nur noch wenige zentimeter entfernt war blieb harry stehen tom der über 1,90 m groß war ging in die hocke um dem kind in die augen sehen zu können vertraust du mir? wollte er leise wissen harry schluckte schwer nickte aber ging noch näher und legte dem mann seine arme um den hals tom war anfangs vollkommen überrascht aber dann drückte er harry welcher inzwischen weinte sanft an sich und das erste mal in all den jahren tröstete den jungen jemand und gab ihm das gefühl endlich sicher zu sein und gab ihm das gefühl